Tag beisammen, nächste Programmvorschau. Toll, dass ihr euch den Trailer hier wieder reinpfeift. Ja, ich hatte den Dematria Stefan mal wieder als Gast bei mir drin. War aber seine Idee, denn ihr haut nächste Woche nach Portugal ab und wollt mit mir nochmal ein bisschen quatschen. Haben wir auch gemacht, geht ab anderthalb Stunden. Wenn ihr es euch anhören wollt, anschauen wollt, sehr gerne bei VK, Bitshoot, Odyssee und Rumble. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.